Gleich sprechen wir hier in der Sendung über die Oscars, die in der Nacht auf heute über die Bühne gegangen sind. Zuvor noch ein Update über die wichtigsten Nachrichten des Tages. In Wien und Niederösterreich beginnt ab heute wieder der Präsenzunterricht. In Volksschulen fünf Tage die Woche, in allen anderen Schulen abwechselnd im Schichtbetrieb. Seit 12. April mussten Kinder und Jugendliche wegen des Oster-Lockdowns in der Ostregion zu Hause lernen. Ab 16. Mai soll es für alle Schülerinnen und Schüler bundesweit wieder fünf Tage Präsenzunterricht geben. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen werden die Corona-Maßnahmen in Teilen vor Adelbergs wieder verschärft. Im Bregenzer Wald und in Lustenau wird es an öffentlichen Orten ab Dienstag eine Test- und Maskenpflicht geben. Oberstufenklassen dürfen nicht mehr in die Schule und fallweise gibt es Testpflicht für Ausreisende. In Niederösterreich sollen der Handel und körpernahe Dienstleister ab 2. Mai wieder öffnen dürfen. In Wien wartet man mit der Entscheidung noch ab. Bürgermeister Michael Ludwig ist gegen voreiliges Öffnen und möchte sich morgen mit Experten beraten. Auch in der Gastronomie könnten Innenräume noch nach dem 19. Mai gesperrt bleiben. Laut einer neuen schottischen Studie reduziert schon die erste Teilimpfung mit AstraZeneca oder BioNTech-Pfizer das Risiko einer Spitalsaufnahme um 90 Prozent. Gute Nachrichten auch für den österreichischen Impfplan. Diese Woche sollen die ersten Lieferungen der vorgezogenen BioNTech-Pfizer-Impfdosen in Österreich ankommen. Das werde den Impfplan weiter voranbringen, sagt Katharina Reich, die Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit. Wie soll man in Zukunft mit Sterbehilfe umgehen? Über diese Frage berät diese Woche ein Gremium im Auftrag des Justizministeriums. Nachdem der Verfassungsgerichtshof geurteilt hat, dass Beihilfe zum Selbstmord ab Ende des Jahres nicht mehr strafbar ist, muss nun eine neue Regelung gefunden werden. Noch vor Beginn des Dialogforums gibt es Kritik an dessen Zusammensetzung. Die Mehrheit besteht nämlich aus Vertretern von Religionsgemeinschaften. In der Bevölkerung ist die Stimmung recht eindeutig. Acht von zehn Befragten finden das Urteil des Verfassungsgerichtshofs gut. In Deutschland berät Bundeskanzlerin Angela Merkel heute mit Vertretern der 16 Bundesländer bei einem Impfgipfel darüber, welche Beschränkungen für Geimpfte und Genesene in Zukunft wegfallen könnten. Erste Ergebnisse könnten heute bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden. Wie heute bekannt wurde, wird OMV-Chef Rainer Seele seine Amtszeit nicht verlängern. Sie endet damit am 30. Juni 2022. Mit 7,2 Millionen Euro Jahresgehalt ist er der bestverdienende Manager des Landes. Die Konzernleitung war zuletzt erneut mit Vorwürfen konfrontiert. Ohne Einwilligung des Betriebsrats seien Mitarbeiter überwacht worden. Umweltorganisationen warfen dem OMV-Chef vor, sie ausspioniert zu haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017